Juhu, hier wieder beim Koali und zu einer neuen Runde, Baldur's Gate 3. Wir sind hier immer noch im Underdark unterwegs und haben jetzt glaube ich auch... Hier fast alles erledigt. Hier müssen wir noch unseren... Ähm... Unseren Gewinn einfordern hier. Hier hat uns der Pilzkönig hier reingelassen, nachdem wir die Dunkelzwerge besiegt hatten. Ich glaube hier waren wir schon drin anscheinend. Das heißt... Auch... Das letzte Stück von diesem Eisding... Müssten wir eigentlich auch schon haben, weil das gibt es nämlich eigentlich sonst hier. Hm... Aber was wahrscheinlich vertickt. Die Betrankflasche... Müssen wir nochmal bei den Händlern hier gucken. Hm... Also das eine hatten wir ja schon zurückgekauft. Mh... Da ist es doch frostiges Metall. So... Jetzt können wir auch den Stab basteln. Mh... Das nehmen wir auch mal. Mh... Mh... Das nehmen wir mit, damit wir was brauen können hier... Trink der Unsichtbarkeit schadet auch nie... Trink der Unsichtbarkeit schadet auch nie... Trink der Unsichtbarkeit schadet auch nie... Mh... Heiltrank... Zutaten... Heiltränke... Mh... Trink der mächtigen Heilung... Die Misten... Vertrink der Geschwindigkeit... Können wir auch machen damit... Rauchpulverbombe nehmen wir auch mit... Joa... Sieht doch ganz gut aus bisher... Sprechen mit Tieren... Nee... Jetzt sind wir erstmal soweit... Mh... Kombinieren... Und ich finde den Stab den man hier rauskriegt... Der ist ziemlich cool... Eigentlich... Und dann Kälteschaden... Und man bekommt... Hier die Unterkühlt Sache... Dass man verwundbar ist gegen... Ähm... Kälteschaden auch noch... Also... Im Prinzip... Ähm... Dasselbe wie der hier... Bonus... Bloß also auf... Zauberrettungs... Äh... Dings... Kirchen... Sachen... Ähm... Mit dem Säurepfeil... Aber wir machen hier mit... Mehr Schaden... Die Frage ist jetzt halt... Hauen wir... Oder... Greifen wir mit dem... Kälteschaden hier öfter an... Oder... Zaubern wir ja öfter... Und ich glaube momentan... Zaubern wir öfter... Und deswegen... Lassen wir ja auch erstmal den Stab ausgerüstet... So... Den tun wir mal ins Lager... So... Und dann müssen wir hier mal gucken... Dass wir die... Ähm... Stapel hier mal teilen... Mal ein bisschen aufteilen... Ähm... Ja... Rauch... Die Bomben... Nein, nein, nein... Und... So... Naja... Die des Kolosses... Auch eher was für ihn... Das können wir ins Lager senden... Öl des Brandstifters... Geh nochmal ein bisschen verticken hier... Paar Sachen... Und dann möchte ich nochmal gucken... Ob ich... Äh... Dann möchte ich nochmal gucken... Ob wir hier die... Ähm... Äh... Da ist wieder eine zweite Schaufel... Hat sich schon wieder hier reingeschlichen... Möchte aber nur eine Schaufel... So ist die Schaufel... So... Du hast ein Gold... Werde mit... So... Ob ich diesen Pilz noch finde... Den die hier hatten... Wir hatten da ja alles in die Luft gejagt... Glaube ich... Aber... Vielleicht ist ja trotzdem was übergeblieben... Hier auf das Pilzfeld... Wir haben es noch nicht gefunden... Ich fürchte nicht... Ich fürchte nicht... Da wollen wir stoppen jetzt... Und dann müssen wir nochmal zurück ins Lager... Und auch... Unseren gefallenen Gefährten... Ähm... Wieder beleben... So hier ist ja das Pilzfeld gewesen... Oder ist es immer noch? Ist ja alles abgefackelt... Normalerweise ist es hier... Oder so... Der Pilz... Aber der ist wahrscheinlich draufgegangen... Weil wir das nicht wussten... Hm... Ja... Schade... Damit hätte man natürlich einiges machen können... So... Dann gehen wir nochmal kurz ins Lager... Wo ist Withers? Woher treibt er sich schon wieder rum? Da ist der Spiegel... Hier oben... Withers... Withers... Da ist Geld... Da ist er... Und.... Da ist er... Fades... Dost Thou require... Nu... Which of them does... This is the price of Bappe... Thou? Dost Thou require anything else? Ne... By doom, and dusk... Rise... Dein Name aus den Archiven. So. Jetzt muss ich nur kurz hier... Ich sag mal, Carla muss da kurz dableiben, damit ich wieder hier... Hey, du. Ja, äh... Sieht schon blöd. Das finde ich irgendwie blöd. Das ist nach dem Patch jetzt gekommen, dass wenn man die Leute irgendwie rausmacht, dass man hier die Schlüsselbünde und Alchemiebünde von denen automatisch kriegt. Das ist irgendwie sehr nervig, dass sie die nicht behalten. Oder man hätte zumindest irgendwie machen können, dass man das... Ähm... Hier benennt, Carlax Schlüsselbund, Carlax Reisesack... Äh... Und so weiter. Ich glaub, das hier sind die Sachen von mir. Oder dass man halt einen Sack hat für alle... Wo alles reinkommt halt, ne? Was steht der Kerl eigentlich hier bei Shadowheart rum? Das ist sehr verdächtig. This vessel is at thy disposal. Do what thou wilt. This... What to do... So, hier... So... 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 No time to rest. No time to rest. What's up for discussion? This vessel is at thy disposal. Thou art the... So... 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 So, Wir haben schon mal ein paar coole Sachen hier drin. So Karloch, kannst du wieder mitkommen. Und dann werden wir mal an den Strand reisen und dann werden wir jetzt mal aufmachen. Richtung. Sie habe ich auch noch von irgendwem im Beutel. So. So ein bisschen Ordnung muss ja sein. Okay. Okay. Wir müssen mal ganz kurz noch was checken. Obwohl, brauche ich das? Ne, brauche ich nicht. Wir segeln nun zu den Drau. Achtung, Gnome am Steuern. Du bist! Was machst du auf Geck's Raft? Das ist jetzt mein Raft. Wo ist Geck? Wer bist du? Hm. Einschüchtern kann ich glaube ich ganz gut. Anscheinend. Let's get you to shore. You'll need to report to the sergeant. You lot, keep patrolling. I'm heading back with this one. You continue forward in silence until the lights of a camp twinkle through the murk. Und diese Fellarmschienen auch so ulkig. Die schwung. Die schwung. Die schwung. Die schwung. Der Steig ist nicht in den Verflanzeraten. Da kann ich mich jetzt schon an den Rock einstellen, die sind hier alle ein bisschen rauer, siehste. Ach ja. Ach ja. Das ist so. Ich... Du fühlst das wenigstens in deinem Kopf. Der Dwergar ist nicht infectiert, aber deine Gedanken ressonieren. Ich bin. Du bist nicht schützt. Ich fühle mich die Tingle. Du weißt, du weißt, du weißt. Du weißt, du weißt, du weißt. Du weißt, du weißt. Du weißt, du weißt. Du weißt, du weißt. Uh, nein. Aber ich weiß, du. Der Dweck-Soul nicht erstes. Es wird hell für die Leute, die Kult-Buggers. Du weißt, die Gnome. Ich werde sie nicht mit ihren Kapptieren. Mhm. Ah, Starion gefällt das, ne? Wenn wir hier irgendwie... incognito hier rumlaufen. Not for communal use, it seems. Best show some respect. Or some more cunning. Na gut. Na gut. So. Hier ist schon mal ein Wegpunkt. Das ist schon mal gut. Das ist die Frage. Das ist die Frage. Sie können nach seres minus 정ימisch wissen. Sie stellen sich um den Drow, nach dem Drow zu. Sie müssen ihn verabgeten. Sie müssen sie aufzunehmen. Sie werden ihn nicht übernehmen, die prestige zu werden. Sie werden sich nicht durchführen. Sie können mungkin zu werfen. Sie sind die Gnome. Sie können die Gnome. Sie können das hier hochreiften. Sie können die Gnome? Sie können die Gnome. Sie können die Gnome? Sie können sie durch rein? Sie sind. Sie sind gesätzt worden mit dem Ewigkeiten. Hm, wie die alle Geld von mir haben wollen. Baba ist, glaube ich, ganz gut. Enttäuschen, ne? Zehn. Günstige Ausgangslage. Mal speichern. Kann man auch mal verhauen. Zum Beispiel so. Ja, ja, ja. Ich save Scandal. Aber dafür haben wir das Ding ja. Zum Speichern und Baden. Ich habe auch in keinem meiner bisherigen Walkthroughs, die ich privat gemacht habe, den Typen auf meine Seite gekriegt. Also generell hier in diesem Teil, diesem Teil durch. Jetzt haben wir die günstige Ausgangslage nicht mehr, ne? Ach. Hm. Hm. Ich will ja sowieso den platt machen, ne? Hm. Hm. Ich bin dabei. Good. But first, we need to take care of something. You've seen that weird all by floating about. Knife it and don't get caught. Hm. The cult watches through it. And we can't risk more twats on showing up. You still standing about? Get on it. Hm. 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 Und zack, da ist direkt dieses Spähauge hier. Ja, habt ihr mir doch gerade gesagt, dass ich das machen soll. 20. Oh Gott. Kann klappen. Nein. Ja. Ich glaube, da müssen wir dann ein bisschen anders vorgehen. Machen wir das doch so. Ist überall... Oh ja, macht mal ein bisschen Licht aus. Ne, darf ich nicht. Okay. Darf nicht an diese Feuer schlagen. Ich war unsichtbar. Ja, wir haben nämlich den gesehen. Wer hat das denn nicht gesehen? Hm. 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 Ich weiß nicht ob das jetzt klappt. Das Ding bewegt sich ja auch nicht. Ich will mal gucken ob wir können wir vielleicht Fog Cloud oder Darkness machen. Nein du kannst es nicht. Du kannst es auch nicht. Das ist diese Person die das sieht hier. Hier haben wir noch mehr Unsichtbarkeit. Unsichtbare Szenen. Wir gehen erstmal von hier weg. Hier ist nämlich noch ein Händler. Vielleicht hat er sowas was wir da benutzen können. Wir schauen mal ins Zauberbuch. Können wir da irgendwas austauschen? Wir können Wasser erschaffen. Hilft uns aber nicht wirklich weiter. Sie kann das. Okay versuchen wir es mal so. Oh guck mal das Ding folgt uns. Das ist ja praktisch. Dann laufen wir jetzt irgendwo hin wo uns keiner sieht. Denn das Ding uns die ganze Zeit folgt. Ja. Kommt das mit? Kommst du mit? Ja es folgt uns. Hallo? Uhu. Okay. Kommst du auch bis nach hier hinten mit? Was das ist? Ja es ist schön. Es folgt uns. Ist das schon mal gut? Und hier hinten ist eine Tür. Wenn es uns dadurch noch folgt, dann ist es tot. Oder sollte es tot sein. Ah, kommst du mit? Ah, es ist Christens gefolgt. Sehr schön. Tür zu. So viel Darts. Okay. Da haben wir das gar nicht mit der Nebelwolke gar nicht gebraucht. Guck mal. So, und hier haben die Konome. So, ich hab das mal viel Krauchpulverbomben versteckt. Oh, ich schnapp das hier. Oh, so, ich guck mal. Ja, 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 ja. So, wie kommt man hier eigentlich irgendwo rein? Hier ist zumindest eine Blaukappe drin. Hier ist eine Tür. Hier würde ich auch mal rein zu gehen. Hier ist es auch mal rein. Du hast nicht immer das gleiche seit dem Rockslide. Du hast nicht immer das gleiche. Ich sage, du hast viele von uns scammer. Okay. Ich habe eine kurze Rede. Hier ist es sicher, um ein Stiff zu spüren. Ich sage, du wachst, du wachst. Vielleicht kann ich eine Leiche weiterwerfen als ihr. Es war eine Figur von Sprache, ihr Lummicks. Wir suchen nicht Hilfe. Wir suchen nicht auch eine Firma. Geh einen Weg. Geh find dir eine kleine Torte, um zu kämpfen. Die Freundlichkeit in Person. Hm. Gnomen Freunde. Du hast einen schweißen Trinket auf einem der Körper. Hm. 20. Da werden wir jetzt ein paar Mal speichern und laden müssen, wahrscheinlich. Oder auch nicht. Was hat der hier dabei? Ein Ring. Ah, das Maul. So, was ist das denn hier? Fetisch von Kala... Oh, dieses macht Unsichtbarkeit. Nice. Können wir hier irgendwas austauschen mit Springen? Hm. Springen ist auch schon ziemlich nützlich. Aber ich glaube, Unsichtbarkeit kann er besser gebrauchen. Jetzt hat er schon zwei Sachen, wenn er auch mal das hier das hinkriegen kann. So. Was ist auch so toll. Was ist das, was der Ende sternt? Shall ich justo halde? меш наших��고ichern. Das nehmen wir mal alles mit hier. Es ist aus Silber, also muss es was wert sein. Eigentlich ist es nachher nur ein Gold oder so, aber Silber. Was ist das? Hast du das gesehen? Oh, ein Schalter. Bannend. Hör auf zurückzurufen. Da lach. Ich mach erst mal hier die Tür wieder zu, falls da irgendwas ist. Bisschen Privacy hier. Silbergabel hier noch mit. Silberlöffel. Mehr Silberlöffel. Ganz viel Silber. Ja, bitte. Ja, bitte. Mal in die Vase reingucken. Da ist dann meistens 6 drin. Ein Schlüssel. Damit. Schöpfkeller. Die kann man irgendwie hoch anschneiden. Spannend. Aber das ist irgendwie zu. Das nicht. von hier auszutaten. Der Stein ist los. Der Stein ist los. Fälle rüsten brauchen wir nicht, das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir, Bronze Pelch, komm mit. Sehr schön. Was ist das so? Wahrscheinlich. Säure. Oha! Oka Galata. Blindsicht, Dunkelsicht, Gelegenheitsangriffe, Resistenz gegen Hiebschaden. Schlecht für mich. Resistenz gegen Blitz. Ich mach doch Hiebschaden mit dem, ne? Ist das nicht? Oder ist das Wucht, was ich mache? Es ist Wucht, okay, alles klar. Hiebschaden müsste jetzt sie machen, ne? Ne, ist auch Wucht. Okay, alles klar. So, Astarion ist zuerst dran. Hm. Zack. Unsichtbar. Das ist doch, aber braucht ne Aktion, ne? Naja, ich seh. Das war jetzt natürlich total dämlich. Aber... Naja. Das war mehr als dämlich. Hm. Ja, die hat ihre 3 ja alle schon verbraucht. Deswegen machen wir mal hier... Ding hier. So. Spirit Rücken war... Zauberplatz Stufe 2. Ah, ich glaub das brauchen wir jetzt gerade gar nicht. Richtig. Bonusaktion. Alright, Karlak. Es ist Go-Time. Mir Karlak. Einfach mal... Ich glaub das brauchen wir auch nicht. Ich mein, vielleicht bin ich auch ein bisschen zu... Ich mein, vielleicht bin ich auch ein bisschen zu... Da. Zurück ziehen. Und dann gehen. Okay, das ist schön. Boah. Fehlschlag. Uh. Zurück ziehen. Und dann gehen. Okay, das ist schön. Boah. Uh. Wow, Swash-Up. Yeah. Wup-wup. Wup-wup. Um... Soldier. Survival ist all that matters. Mol. Ich sehe da schon eine Truhe. Sehr schön. Äh, Säure, ja. Das brauch ich aber jetzt gar nicht, das macht er hier alles alleine. Rücksichtsloser Angriff. Ja komm, ähm, das erlebt in seiner Runde nicht mehr dazu. Hm, juicy. How much farther can I go? Alle laufen einfach mal durch. Spannend, spannend. So, da hinten ist eine schwere Truhe. Was macht das? Da ist Gold drin. Hier hinten ist auch noch eine Blaukappe. Alle durch. Nächstes Abgrund. Okay. So, hier sind wir reingekommen. Fallen Entschärfungswerkzeug. Mhm. Mhm. Fall des Eises. Oh, es war mal was drin. Weihrauch. Ups. Nein, wollte ich nicht. Was haben wir hier? Mhm. Mhm. Ist auch ein Teil, den... War ich vorher noch nie. Hab ich vorher noch nie entdeckt hier. Spannend. Hier geht es noch weiter. Und die anderen kommen mal wieder nicht nach. Also das ist auch... Äh... Da ist natürlich schon wieder Schattenherz. Spring doch einfach da rüber. So. 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 Erstmal hier rüber. Und dann ist das hier. Ah, hier gehen wir auch noch. Okay. Verfaulte Pilze. Okay. Wer bist denn du? Karte der Gürmschmiede. Handgemalt. Noch sehr detailliert. Interessante Orte mit einem X markiert. Zwei rot eingekreist. Einer in jedem Stockwerk der Festung. Am oberen Kreisstück versteckt. Der untere Kreis ist Rauchpulverfeuer. Gibt nichts. Okay. Finde Sprengstoff. Hab ich da schon. Hab schon Sprengstoff. Ah. Das ist noch nicht so. Ja. 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 Ich schau dir die Mache hin. Oder ich schau dich runter. Hmm. Irgendwas ist anders an diesem Pulver. Rückt euch. Reden wir drüber. Kleriker der Scharlas doch. Ich kann wenig Theater gebrauchen. Hmm. Aber ich will wissen, was es macht. Dann lasst es fertig sein. Gerdel Ironhunt, hör mich jetzt! Set mich frei! Mh. Autsch. Ne. Ich muss hier doch irgendwie wegreden können. Hm. Irgendwas ist anders an diesem Pulver. Irgendwas ist anders an diesem Pulver. Sprengstoff. Wirst du mich? Komm, hol mich! Hm. Aufrichtig lächeln und die Hand ausstrecken? Wenn ihr tot seid, ist alles vorbei. Mir egal, jagt uns hoch. Nee. Einschüchtern. Versuch mal zu überzeugen. Auch wenn ich nicht weiß, was das irgendwie soll mit der Hand ausstrecken. Irgendwie eine Geste oder so. Fünfzehn. Schwierig. Ja. Die Folge geht jetzt auch schon eine Weile. Extra-Content für euch. Und nur weil ich jetzt wissen will, was das hier ist, weil ich das vorher noch nie gesehen habe. Das ist immer schön an dem Spiel. Man entdeckt doch mal was Neues. Ja. Komm. Hochwüffeln. Ja. Das Niemals verrativiert. Fünf. Ja nicht so. Na Digga. Da noch nicht egal. Fünf. Du hast mich nichts verrativ. Ich schraube mich zur Halbzeit. Ich werde euch zu einem Kultnotter苦 werden. Ich bringe euch nirgends hin, ihr könnt gehen. Ich will nichts von euch. Dann probiere es und weg. Ich gehe, wo es da ist, und es gibt keine Optionen. Ich bin weg. Du solltest auch das gleiche machen. Hab ich da schon reingeguckt eben? Ja, stimmt. Charitentagebuch, das ist doch bestimmt was interessantes für Shadowheart. Mein Gesicht schützt mich. Was haben wir hier? Bestie habe ich noch nie gesehen. Muskel bepackt mit Stoßzähnen lang wie meine Arme. Okay. Ach, das sind diese, diese Eier, okay. Höllenritter war auch dabei. Masken in der Regel. Mauer stürzen ein. Okay. Tafelfragment. Hmm. Hm. 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 So sagt Schatz mir Kaelthric Thorn. Kaelthric Thorns Wort ist Schaas Wort, keine Gott und keinen Sterblichen über Kaelthric Thorn stellen. Spannend. Also die hat hierzu nichts zu sagen, okay. Dunkelsicht, Kerze. Wiese, das habe ich eben gesucht. So, hier haben wir jetzt alles abgegrast. Hier vorne noch zwei Vasen. Na komm. Leer und leer und leer. I wonder if the guards are watching me. Nix. Okay. So, das Rauchpulver hat sie mitgenommen. Aber die brauchen wir ja auch nicht, wir haben ja schon welches. Gehen wir jetzt hier noch irgendwo weiter? Anscheinend nicht. Okay. Es ist also ein alternativer Weg, wie man an das Rauchpulver kommt, was man braucht nachher. Wenn man den einen Geheimgang nicht findet. Und wir haben noch einer Gnomin geholfen. Das ist doch gut. Komm diesmal hier da rüber. Hüpf, hüpf. Hüpf, hüpf. Ah, oh Asche, du hast. Du kannst es doch. Warum nicht immer so? Hier ist noch ein Bücherregal. Haben wir dann schon reingeguckt. Direkt mal ein Fliegending geholt. Oh, ein Stopp. Aha. Da oben ist auch noch was. Aber hat der ja gerade... Eine schöne Fliegenschriftrolle geholt. Oh, ein Stopp. Vielleicht kann ich da auch hoch springen. Kann ich das? Das ist wahrscheinlich so. Ja. Jetzt wollen wir das Fliegen. So. So. Hey. Eben konnte ich doch da da hoch. Die Kamera ist scheiße. Soll ich mich hier rüber gehen? Hier hinfliegen. Nicht erreichbar. Schade. Umsonst die Schriftrolle verbraucht. Aber toll, dass ich mal wieder was Neues gefunden habe. hier. Wir gehen jetzt hier raus. Und dann ist die Folge für heute auch zu Ende. So, dann müssen wir uns jetzt nur noch darum kümmern, dass Neer jetzt irgendwie befreit wird. Und wir haben hier eine Menge Zeug zu verticken. Polztrum. Der lässt einfach irgendjemand Geld rumliegen. So heiß, wie die hier alle auf Kohle sind. Bisschen komisch, ne? So. Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Und dann gucken wir mal, ob wir Neer befreien können. Tschüss.